Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film aus Bendis Drechselstube und heute gibt es einmal das Silvester-Spezial. Einmal möchte ich mich vorab schon mal für die 250 Abonnenten bedanken, die dieses Jahr mit dazu gekommen sind. Finde ich sehr schön, dass ihr mich abonniert habt. Dann gab es dieses Jahr auch viele neue Maschinen, das heißt einmal die Kombi-Maschine oder auch das Säge-Kettenschärfgerät oder das Sägeband-Schweißgerät, genauso wie auch das Sägewerk, das irgendwann mit dazu gekommen ist. Ja, dann gab es auch viele tolle Projekte, zum Beispiel habe ich ja einmal die Schneidebrett-Trilogie gemacht. Da habe ich euch gezeigt, wie man drei unterschiedliche Schneidebrett-Typen herstellen kann. Und dann gab es eben auch noch ein bisschen was mit Drechseln, was hoffentlich auch sehr interessant für euch war. Genauso wie ein paar Werkstatthelfer, also ein Schiebestock, womit man dann wesentlich sicherer an einer Band- oder Kreissäge arbeiten kann zum Beispiel. Oder dann war auch ein bisschen was in Sachen Metall dran. Also zum Beispiel habe ich ja einmal euch gezeigt, wie man Sägeketten schärfen kann oder auch Sägebänder schweißen kann. Und dann habe ich eben auch noch ein bisschen was mit meinem Trecker gemacht. Und nächstes Jahr wird natürlich mindestens genauso gut wie dieses Jahr. Da wird es dann viele neue Projekte geben, interessante Themen, unter anderem auch mit dem Sägewerk, womit ich auch ein paar Videos machen werde oder auch mit anderen Maschinen. Und ja, dann habt ihr noch ein frohes neues Jahr und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! Musik Musik